Also für mich ist es eine große Geschichte, über verknüpfte Wertschöpfungen zu reden. Wir sind im Endeffekt nicht so erzogen. Wir haben keine Kultur für Kooperationen im Wesentlichen. Da sind uns andere Märkte voraus. Wir denken immer schnell darüber nach, irgendwo entweder Geld zu beschaffen oder Geld zu bekommen. Aber wir denken wenig darüber nach, wie wir unsere Leistungen in der Synergie multiplizieren können. Vielen Dank.